Also, zuhören, Team. Diese Crew ist eine Familie. Aber jetzt hat sich das Spiel geändert. Dominic Toretto hat uns verraten. Du wendest dich von der Familie ab? Ich weiß, es sieht schlimm aus. Aber gebt ihn nicht so einfach auf. Wir haben nur eine Chance, diese Familie wieder zu vereinen. Tu das nicht, Dom. Bist du bereit? Eins kann ich dir garantieren. Dafür ist niemand bereit. Sie ist die absolute Definition von Hightech-Terrorismus. Es gibt tausende Autos in dieser Stadt. Und jetzt gehören sie alle mir. Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn dir jeder Bulle der Welt am Arsch hängt. Stopp, stopp, stopp! Oh, verdammt! London, Abu Dhabi, Kuba. Unsere Wege haben sich schon vorher gekreuzt. Du hast es nur nicht gewusst. Ich denke, ich muss dich daran erinnern, warum du dich entschieden hast, hier zu sein. Ich hatte keine Wahl! Wenn Sie Dom schnappen wollen, brauchen Sie ein wenig Hilfe. Können Sie mir verraten, warum Sie mich in einen Raum stecken mit diesem tischlöffenden, kriminellen Dreckspenner? Kann es sein, dass das enge T-Shirt dir die Blutzufuhr zum Hirn abschneidet? Du solltest eine Nummer größer tragen. Sie beide werden zusammenarbeiten. Lieben gern. Darauf habe ich gewartet. Wir haben einen Panzer. Jetzt bin ich dran. Boom, Baby! Die geben einfach nicht auf, was? Hast du gedacht, das wird ein Straßenkampf? Ist das ein Torpedo? Übernimm das Steuer! Was? Das ist verrückt! Dafür gibt es Extrapunkte. Ich weiß nicht, wieso du das machst, aber ich weiß, dass du mich liebst. Feuer! Die hängen doch im Arsch! Two Selber! Darooo! Der! 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 Untertitelung des ZDF, 2020